ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk So, ich kille dann mal eben den Bunker Den Bunker ARD Text im Auftrag von Funk 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 Bastarde Staboykitten wäre fast gar nicht so geil Ne, ist auch nicht, vielleicht wenn das so mega langsam wäre ARD Text im Auftrag von Funk 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 Na komm, den haben wir gleich Durl, was schießt ihr denn da noch? Oh, die können ja fliegen die Teile Boah, nerven dich, Alter Was soll das Ding so wegnehmen in der Luft? Was machen's? Da ist ja noch einer! LOL Oh, keine Muni mehr für Dingens, für Paketenwerfer Ein bisschen Kacke, oh lol Ich hab grad gar keine Muni mehr Gleich, keine mehr Nein Oh, das ist jetzt ein Problem Kann hier bitte nochmal was hochkommen? No, no Ich auch Boah, weh, dass ich da voll läuft oder so Ey, kann man Muni kaufen, ne? Und er ist wieder full live Ernsthaft? Das siehst du doch Ich meine, nö LOL, was? Na, wir machen das jetzt Direkt hoch da, oder? Aber Paketenwerfer bewahr ich mir dann auf für, wenn ich tot bin Oh, lol Toll Wie kommt man denn da hoch nochmal? Bin ich grad irgendwie sogar gelöst? Ah, du sprungst Ich bin tot, fuck Alter, wie stark die Dinger sind Alter, ich bin runtergefallen Ich krieg dich, ne? Okay Ich bin oben Na, ich bin im Flug gestorben Ich bin lebtisch wieder Oh Gott Schnell Du kannst auch mit Q wieder beleben, geschneller Ja, aber ich war auch wieder Oh, hinter dir, hinter dir Boah, Alter Ich bin ein bisschen angehützelt, Alter Hinter dir Hinter dir Boah, Alter Boah, Alter Geht dir gut Ja Boah 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 WTF, Alter LoL Schießt in den Stars? Oh, pass auf Schießt in den Mörserding drin Ups Er soll die Luft wegmachen Er soll die Luft wegmachen Wir dürfen nicht beide gleichzeitig sterben Das ist das Hauptproblem Oh, ich bin tot Kein Ding Danke Weil der hält echt nicht so viel aus, ne? Boah, die paar Sniper Schüsse, die machen mega viel Schaden annehmen Und ich bin wieder elektrisiert Aber man ist elektrisiert Elektrisiert, wenn man Ich bin tot Gegen den schießt Glaube ich Alter Ich stehe die ganze Zeit unter Elektroshow Warum auch immer Hatten wir den schon mal so laut? Ich weiß es nicht Ach, der schießt mit Elektro-Kugel Ich bin wieder elektrisiert Ich war runter Nein Oh, bei allen, bei allen, bei allen, bei allen Da kommt ein Engelswächter Ich nenne sie einfach mal so Alter Nein Ich hab doch getroffen Oh, wie viel Schaden das ist Oh, oh Yo, down Fuck Fuck Wie viel Leben hast du eigentlich? Äh, 900 irgendwas glaub ich Wenn ich mal insgesamt so Ja, 900 irgendwas Lulzen Lulzen Alter Alter Nein Wieso sterb? Ich sterb bestimmt die ganze Zeit dadurch Ich stehe ja nicht mal da drinnen Ich bin mega weit weg davon Womit detectst du denn gerade? Der Sniper, das ist irgendwie das Beste Alter Ja Oh, ich bin dort Oh fuck, Alter, dann äh Nein, ich bin untergefallen Ach, Leute Fuck, 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 fuck Ja, versuchen wir uns zu überleben Ich komm, ich komm, ich komm Ich bin tot, ich versuche allen von uns zu überleben Nein Ich hab nur 160 Leben Ich schlotte einfach allem Du bist kein echter Soldat und du dich wenigstens einmal gefallen hast Ich will nicht wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt Bewehre mich bald wieder Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden Bis zum letzten Ich bin da Nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Ich komm, ich komm, ich komm, ich bin da Wo ist er hin? Hör ab da Nein Nice So, das ist unsichtbar Loll Alter Oh scheiß, lange mal ein Problem Da Nice Nice. Der Wächter Schnitter ist voll stark. So, jetzt aber noch ein bisschen Snipern. Wo ist noch Fisch? Da. Ach komm. Ich habe es nur überlebt. Wow. Oder auch. Doch. Aua, ich bin tot. Komme. Komm, 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 komm. Okay. Boah. Schieß auf den drauf, der ist fast down Komm, ein Schuss noch Oder so Nein Ja, der ist down Boah, 11.000 Erfahrungen, Alter Oh, geil, Loot Loil, yo Mega viel Loot Oh, lol Voll viele Mondsterne Mega viele Können gleich mal gucken, wer was gebrochen kann Naja, die Pistols sind alle scheiße verglichen mit der von gerade eben Ich hab versnapped, aber... ...Rifles aufgesammelt Äh, was musst du jetzt eigentlich machen? Ah, ne, da rein müssen, hier unten rein Hier ist noch ne Kiste für 40 Mondsteine So viele hab ich leider nicht mehr Ich weiß gar nicht, wie viel ich gerade hab Boah, das war aber auch mal Boah Du musst erstmal ne richtige Taktik rausfinden Für Ja Und alleine, ey Boah, alleine Wie viel Schaden machen denn die Snipers? Was? Ja I'm watching now Loil, meine macht ja nur 192 und die haben irgendwann mit 800 gemacht Ähm Eine 389 Die andere 286 Die andere 286 Okay, die haben doch nicht so viel gemacht Das war's auch schon Klipp zu Ne, warte, warte Oder? Doch, das war's Mhm Wie viel hast du? 239 Ja, wie gesagt, es gibt eine mit Korrosion und die andere ist mit Elektroschaden Musst du wissen, welche du lieber hast Möchtest du keine haben, oder was? Ja doch, hab ich nur dann die andere Ja, ist mir im Grunde egal Ich glaube, ich finde Korrosionsschaden geiler Okay, wo bist du gerade? Direkt hinter dir Dann lass ich mich bei mir fallen Ja, kann man lassen Ja, ist wieder so ein Dreischussding Hm Bessere Ware findest du nirgendwo Dafür hab ich gesorgt So Erforsche das eridianische Gebäude Leute, die Türen sind ja mal voll geil Die Türen sind ja mal mega geil Noll Boah, die ist ja auch nice, die Waffe Geil Die leuchtet mega Ja Dein der Schlag Oh 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 Hä Ja Das ist Oh Scheiße daneben